Willkommen hier bei einer weiteren Runde von Minecraft. So, ich wollte jetzt eigentlich schlafen, aber ich habe ein Problem, da ist ein Monster. Also muss ich zurück hier. Boah, wir schauen mal zurück auf unsere wundervolle Welt. Ja, nach ungefähr zwei Wochen spiele ich auch mal wieder. Ich war nur noch im Stress, war nur noch im Horror. Heute habe ich auch hier mein Arbeitszimmer noch unten etwas umgebaut mit den Ablagemöglichkeiten und so weiter. Aber damit hier die Regale immer ein bisschen freier werden und solche Sachen, da muss ich meinen Schreibtisch noch ordentlich ausmisten. Da hat sich jetzt so viel Scheiß angesammelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss alles weg. Ja, das muss alles weg. Und habe ich einen kleinen Berg zusammengesucht, was ich hier noch alles recht räumen muss und was alles wegfliegt. Mal gucken, was einen dann zu erwartet war. Auf jeden Fall will ich hier mal ein bisschen Ordnung schaffen, weil mich nervt das alles, weil ich kann ja kaum noch Staub wischen, ohne dass mir alles entgegenfliegt. Das ist mein Arbeitszimmer, Worte, Lambs und immer mehr zur Rümpelkammer. Aber ich kam auch gar nicht großartig dazu, was zu machen, weil ich hier echt der Mann für alles war. Putzen, Kochen, Haushalt, Kind abholen, Kind hinbringen, teilweise einkaufen, Termine und ach, was der Teufel. Was da schon alles war. Gut, wir wollten erstmal, erstmal nur, dass das bis nach hinten gebaut wird. Was man daraus macht, ist eine andere Sache. Genau, was man daraus macht, ist eine andere Sache, wie wir das dann nochmal verändern. Aber erstmal muss es stehen. Gut. Machen wir das mal, dann ziehen wir das erstmal durch. Lass sich später dann Revue passieren, ob hier noch was gemacht werden muss. Ja, ich schalte jetzt gerade mal kurz ab. Das ist jetzt mal kurz meine Pause, die ich hier spiele. Weil nachher geht das Affentheater wieder los. Er hat auch schon der Kopf geraucht. Ich habe heute mein Kind in die Kita gebracht. Vorher wollte ich noch einen Termin beim Arzt machen. Die gehen aber ab morgen in Urlaub, heißt es. Wenn dann heute, also Kind schnell in die Kita gebracht. In Lichtgeschwindigkeit. Wollte erstmal nicht. Ja, und was war? Ich habe noch Brötchen geholt für eine Nachbarin. Denn ihr Kind hat sich die Nacht übergeben. Und habe ich ein bisschen geholfen, weil die konnten ja nicht raus. Und hatten auch nicht da. Also habe ich da noch ein bisschen geholfen. Dann hatte ich mein Kind in die Kita gebracht. Noch zusätzlich gleich nach dem Bäcker. Und vom Bäcker bin ich dann gleich wieder zur Praxis gelaufen. Termin, Verordnung für Reha-Sport und so weiter. Weil ich ja, ich werde doch nicht operiert. Glücklicherweise bin ich echt, bin ich, ey. Ja, ich habe Zysten im Knie. Winzig kleine, mehrere Zysten an einer Stelle, wo man schlecht operiert. Also muss man die raus trainieren. Und, ja, was war? Habe ich mir erstmal eine Verordnung geholt, aber mein Arzt. Habe alles erklärt. In drei Monaten muss ich dann nochmal hin. Jetzt muss ich aber dann allerdings noch eine Spezialklinik, die man dann noch so machen kann. Und, ja, das heißt, dann lassen wir abwarten, Tee trinken. Aber erstmal Reha-Sport beantragen, dann gleich zur IKK wegen der Zuzahlungsbefreiung, weil ich komme dann über meine Summe später, weil Reha-Sport wird nicht billig werden. Und dann bezahle ich diesen Jahresbeitrag an der Zuzahlung, weil ich werde definitiv rüberkommen. Und dann muss ich mal gucken. Ich muss das Geld wahrscheinlich erstmal bezahlen, damit ich dann die Befreiung bekomme. Und den Rest kriege ich dann wieder zurück. Äh, weiß ich auch nicht. Wie es dann ab, ja, stattfinden wird. Muss ich selber erstmal rausfinden. Ich hatte ja den Fall noch nicht. Weil den Fall der Fälle hatte ich noch nicht gehabt. Und für mich ist das auch Neuland. Normalerweise, ich laufe ja viel und so weiter. Ich mache ja schon viel. Ich soll aber jetzt noch mehr Sport machen, aber in eine andere Richtung, wo dann erstmal geguckt wird, ähm, wie das dann funktioniert. So, genau. Ähm, nee. Ich hatte gerade noch hier was gegessen, noch zwischendurch. Nachdem ich endlich durch war, ich habe auch den Computerecke hier, wie gesagt, unten alles ausgemistet, da war es so ein tatsächlich ein Staub angehäuft. Da dachte ich wirklich, das ist aus Arno-Aspach. Dabei ist das gerade mal ein Jahr. Und das sah schon aus, als wenn da wahrscheinlich schon 20 Jahre unten nicht Staub gewischt wurde. Ja, jetzt habe ich den Computer endlich dahin gestellt, wo ich ihn eigentlich hinten haben wollte. Hier zwischen die Beine, also zwischen die beiden Schreibtische. Das sind ja zwei Teile. Und, ähm, da bin ich erstmal zufrieden. So. Genau. Wir lassen das hinten auslaufen. Und, wie gesagt, ich mache jetzt mal diesen Gang durch. Und was wir daraus dann machen, später weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich hatte noch kein Schimmer. Na, komm her hier. Obwohl, das kann ja eigentlich weg. Ich mache das weg und mache oben eine Platte drüber, damit die hier leuchtet. Ich arbeite oben damit, äh, mit Stufen. Und, äh, mit den Stufen arbeite ich hier. Dann kommen wir auch gut durch hier. Ja, die Kopfschmerzen gehen jetzt noch langsam wieder weg hier. Da bin ich auch wirklich zufrieden. Ach, ja, ich bin echt... Ich könnte eigentlich jetzt noch eine Tüte Schlaf gebrauchen. Und, ähm, aber das mache ich dann nachher. Meine Frau soll die Träne abholen, die ich mal. Äh, weil ich brauche dann auch mal ein bisschen Ruhe. Ich werde dann auch noch mal spazieren gehen, um erstmal abschalten zu können. Allene. Ähm, ohne Kind. Ich mag mein Kind, aber zum Abschalten ist es dann unterwegs und spaziert etwas schwierig. Weil man ja immer hinterher ist. Man ist ja wirklich immer hinterher. Eltern wissen, was ich meine. Man hat immer zu tun. So. So. Aber die Frage ist jetzt. Wir haben erstmal das Ding hier. Ist okay. Können wir stehen lassen. Erstmal. Wir können ja in der Mitte noch was machen. Das Ding ist ja noch nicht ganz fertig. Aber. Wir haben jetzt eine andere Sache. Wir haben jetzt eine andere Sache. Wir müssen jetzt da rüber. Wie machen wir das? Können wir hier runter? Kommen wir da runter? Das ist die andere Frage. So. Ist okay. Wir kommen rüber. Dann lassen wir es so stehen. Perfekt. Ich muss auch gerade überlegen. Deswegen weiß ich gerade so ruhig, ob das funktioniert. Das ist jetzt die mittlere. Ich will, dass das vier breit ist. Oh, fünf breit. So. Okay. Müssen wir mal hier gucken. Hier auch zwei. Warum? Weil das soll ein bisschen symmetrisch werden. Einigermaßen.